was ich bin gerade unfähig mit ganz normalen Sniper-Dieser zu ja, sprayen trifft nicht, scheiße ja, dann können es das mal wieder oh, ja, leck mich hier ich geh nix oh, das bist du ja, das bin ich ja, ich hab grad alle ey, Blaubarschrube ja, blaubarschrube blaubarschrube Mann, mehr und Frau, Mann oh, mit Dingern gekillt ey, komio was für ein Scheiß oh, scheiße na au sehnix, ich sehnix, ich sehnix, ich sehnix, oh, ich hab den uäh ja, Entschuldigung, ich hab grad einfach was da kommt der Dinger von oben ah genau, der oh, ja, 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 ja ja, ja, in meinem Deck auch, ja hab ich zu spät im Blick mach, check mal ein das war ein anderer Mann, ich rech' den Arm schon so über den Grund au au oh ey, ehrlich, check mal mit seinem ganzen Nest äh, hier, hier äh, er schreibt gerade zu mir Quickscope WTF GTF dabei hat er mich so gehartscoped er ist halt ein Quick-Hartscope das war ein, äh, komisches Kassel Package oh, wo ist denn denn? achta ja was wusste, wo ist der dreckige Dan ja, hör auf uns zu hüpfen Jack meiner, Mann das spricht dir vor mir, wie so ein junges Känguru LPN ist so spitzkopflein ja, wie der einfach nicht abkackt ach, du musst ihm nur ein bisschen Zeit geben schreib dich nicht ab hehehe dann spielen dann schießen und ziehen dann endlich Shooter spielen dann spielen dann spielen wirklich scannen hu hu oder Ken, Daumen hoch ja, nimm deine Secondary, du dreckiger Dan du dreckiger Dan du dreckiger Dan, du du dreckiger Dan, du okay, das war's, zurück zu den anderen lieben, diese MapBee ist wieder aufgehungsrunde, bis hier so geil dran die, ich kann sich nicht jeden markieren du bist doch nicht immer geil dran sein, ne ich bin immer geil dran immer geil drauf da ist wieder dieser Spitzkopf, ne andere komische Typ der Blaubarsch Spitzkopf, Bube Spitzkopf, Bube Scheiße ich soll da aufhören hey, EP na, auf und meine Drohne zu schießen, du hast soziale Überfahrung, ich gleich ich hab dir raus ja, du wirst überfahren mit einer Schaff-Drohne, mit einer Schaff-Drohne mit einer Schaff-Drohne ich bin, 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 ich bin ... die ganze Zeit nerven wieso kann ich mir das gut vorstellen, bei dir? Warum stehen mir zwei oben von den Gegnern, das gibt's ja nicht, ey Komm, jetzt her, hör auf, ab zu hauen ...ja, du bist nicht gestanden, ne ich bin das wird nun schon für den Hacker bekommen ja hat es gut ist ich gehe mal oben aufs Dach ja vorsichtig ich sehe nix das kann wegen meinen EMP sein der und sein nach Stand ja er und so ein Hardscope da drinnen und dann auch noch Camper und dann Messer der immer wenn er verliert der eingetroffen Bau 70 Atemberaubung aber ich hab's getrofft ich bin ja ja klar klar ich werde mich zwar darüber so ich habe meine ganze Verbindung ich wollte Messer an als Vergeltung ich habe ein Messer durch den Halt die Hälfte ich habe die Zicke nö hab ich nicht gesagt doch hast du gesagt wir haben aber so rüber das ist mir doch egal nein oh doch und wie mir das egal ist wo ist der scheiß Sniper da oben einer da oben sind zwei drauf die campen da die ganze Zeit das ist so leckerlich ja warte ich gehe mal eben da hoch ja Jackman ist mal wieder da ich habe die Hälfte ich habe die letzten beiden schon hoch ich bleibe jetzt einfach hier oben die kommen immer wieder dann bleibe ich setze ich mich einfach hier nicht da oben hin ist okay ich bleib nicht da oben ich habe verstanden dass ich dann das ist so ein Plan da oben zu bleiben ja weil sie mich direkt von oben wieder weg haben mit dem Sniper ja ja da oben liege ich noch tot ich war ein schöner Mann da oben ist schon wieder einer jetzt geh doch endlich mal da runter Jackman ist es blau bark blau bark ja blau bark ja jetzt hab ich noch nicht mein Estes bekommen still oh oh noch einen nochmal zwei heute ey Jackman, der ist so campy campy camper 2 für übersteu der Drohne hey erster im Team welchen Übeldeltag oh komm mal du ja 18, 12, 14 so guck dir das an ich hab mir gedacht das wird geil du wirfst mir ein Messer ab nein ja leider hat das nicht ganz funktioniert er hätte sich halt nicht bewegen müssen ja ich habe Pilze als Titel bekommen was Pilze? ja hier ähm ein ganzes Sniper-Magazin auf ne auf deine Feinde jo da hast du jetzt Perfektionist das ist das was ich drin hab genau und einen neuen Titel habe ich auch noch hier auch das gleiche ja ja Perfektionist also alle die das mögen liken alle die das Video mögen liken das ist egal ey ich werd mischen nein was willst du? mischen interchange du willst mischen? ja ich will mischen hier kriegst du die Karten viel Spaß so einmal durchs Mützen 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 hihihi 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 das hat ne Tista soo äh nein mischen oh je Idiot ich habe ja gesagt mischen wählen es hat nur einer gewählt an dem Platz nicht in die Tore hihihi 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 wer das Kommentaren übersetzen kann der äh hihihi jetzt kommt irgendein Scheißtexter unten rein was ich übersetzen hab ja ja das stimmt so die EPN ist ein Hurensohn oder hihihi nein sowas das ist sowas nicht nö hihihi hihihi nö 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 das neil nicht das ist nicht fair deine Buddah ist nicht fair ähm aux Mützen Stirb 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 wir müssen das wissen nicht ähh ich weiß nicht irgendwie in den letzten paar Wochen ähh habe ich irgendwas gegen APEM's Mutter ich weiß noch nicht wieso achso in der Hardscote wie kann man nur mit Akkoks ein bisschen die Kippen hey ich hab schon vier Köln explosivkörner ist unterwegs ja wir sind vier Leute in der Anerkennung ich hab nichts für Kofau kutscht doch wieder gesnallt hat ja die sind gerade anscheinend alle nur umschnitten die Spiel auch nur alle snipen das ist echt so den haben wir auch im Nachkampf keine Chancen wenn sie nicht schießen doch die haben den Magnum dabei meistens aber die wechseln nicht ich hab ne Diegel FG nur in Akimbo der Einer muss ja mit Style hier rumlaufen ich hab die Achtz in Akimbo jetzt ist gut Evics du singst mal sehr tief Vortil ist dass die die ganze Zeit rumschalten, man sieht sie die ganze Zeit auf der Map äh wer meiner Meinung ist mit seiner Mutter ne und so äh der soll schreiben ich hab keine Muni mehr an meiner MP7 verdammt hat jemand MP7? Möcht sterben? Bitte verreck mal ich hab ein Fake Car Package FG ja eh lass den ja das Band 2 oder das ist total Pro in gar nichts da hinten liegt irgend so was den Typen so wie das Jackman hat mich damit bei der Marmauwisch 5 ja das liegt dann nicht an Jackman doch das Jackman Skiller na gut hab ich meine Entschuldigung keine Witze reißen hier keine Minderung nehmt Scheißdink piepen haben wir mal ne äh das Secondary für mich ja die Achtz in Akimbo hat jemand mal ne Waffe für mich? nein ist gerade Out of order oh genau er wechselt Jort er soll quickscouten und nicht hier mit seinem Mann inzwischen von dem gemesser weil mein MP7 leer war und ich nicht mehr schießen konnte auf den wieso konntest du nicht mehr schießen? meine Munition war leer wieso war deine Munition leer? weil ich schon 6 oder so Kills in der Folge hatte ohne zu sterben das ist für mich ungewohnt aber baller ich halt nicht in der Muni lol wieder geflogen ist ich messer nicht nein weil ich ihn nicht mehr gesehen habe weil Apex natürlich im Weg stehen musste ja und dann schießt du einfach trotzdem rauf ja wohin denn? ja wohin genau? such dir die Richtung aus es ist na ja cool in der MP7 komm her du Sau oh noch eine wow oh den hat sie gehauen au meine meine die hab ich kriegst du nicht hast die Finger davon was du bist der Finger davon? ja tu mir leid was verstehe ich halt was verstehe ich halt was sieht denn wenn man so undeutlich redet schau mal Teletubbies oder sonstige Sendungen die stumpfen dich wieder ein bisschen ab verbündete auf wenn du dabei immer noch auf solche Gedanken kommst dann äh ok bei Teletubbies kommt man auf solche Gedanken ha? Entschuldigung bei Teletubbies komm ich eher auf Selbstmord Gedanken bringt euch um bringt euch um boah ey dem was ist denn das dann hauen wir den einfach mal hier rüber ah Doppel zwei Snyder entgegen nicht gut wenn die beiden Quickscope ist das richtig scheiße Luftraum nicht frei jetzt geh weg da oben ach so ich hab sogar auf der Fall erwischt so tut ihr oben ich will meine Aufklärungsraum loslassen ihn verpisst dich der war nein als meine Aufklärungsrunde mit runterkommen äh ne liegt meinem Gegner ins Gesicht bitte oh ich wurde ausgeschaltet nein die fliegt bei mir noch nein ich ach so der Typ mit dem Laptop ach so der Typ mit dem Laptop danke weil ich wüsste meins aber da wird selbst die Lebenserung nach 8 n 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 das nicht unterscheiden und mann alle wären hallo ich will vor dir und vor allem nicht mehr wenn man am kurzen abzuholen da kommt nicht vor die wir haben der Weg machen wir uns drauf doch mal ein Bild wird das ist sechs Wochen aus ich bin ja ios auf b er ist die drohne vielleicht ein bisschen genauer steuern der wird dann auf alle sie ist aber ist die folge so mit dem sniper die Drohne unterzuholen was aber ein Apple logo als als die Visier hallo check meiner hallo schreckt meine Luft okay verpiss dich meine scheiß second chance man bleibt liegen oh hier liegt ein bisschen Zeug rum hier liegt ein bisschen Zeug rum ich will hier drohne an kreisig ja das hab ich auch schon gesagt du Armateurium nicht nein er soll dir die Sachen da lassen nein mann das seh ich nicht ein ich will noch lässt du das zack Steffbomber oh zwei stück alter sind dicker Arsch kein kill ja ich hab auch nichts toll ey das ist nicht dein Ernst aha ey wer würde geowned haha jetzt nur sagen cool das ist sogar ein Jackmaner in meine äh S-Mine reinge latscht au wow ich brauch bessere Perfs alter wer wer braucht wo eine IMS wem geht das wo am Arsch herbei wo er wieder mal Jo man ich hab die wenigsten Tode 21 30 wieder immer noch 135 ich bin bei 23 ich bin bei 23 7 mit einer verdammten scheiß Sniper ja preise ah ja 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 wie viele kills hier doch richtig das Spiel nicht Sniper durch der hat ein Kill alter 1 21 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 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 6 5 6